So, meine Damen und Herren, dann machen wir dann auch weiter. Oh, mein Teamkollege ist schon von Platz 3. Und ich wollte schon sagen, du fühlst drei Aufnahmen, eigentlich immer aufs Klo gehen. Viel Glück, ich halte dich auf dem Laufenden. Ok, Rückwärts. Ok. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Tolle erste Runde, du bist in Führung ZDF, 2020 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 Musik Dein Teamkollege hat Platz 1 im Visier. Das war die Hälfte des Rennens. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Letzte Runde. Verteidige deine Führung. 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 nach der bleibt es jetzt noch nicht klar aber nach dem nächsten rennen ist ein level up schiffen was sport park gps Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guter Start, bleib an der Spitze. 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 Letzte Runde, bleib bis zum Ende in Führung. Guter Start, bleib an der Spitze. Guter Start, bleib an der Spitze. Guter Start, bleib an der Spitze. Das war 2 von 4, jetzt kommen wir zu 3 von 4. Level Up müsste hier eigentlich da sein, oder? Da hätte ich erst noch mal 2324 Punkten hergeholt, hätte ich wieder einen Doppelaufstand gehabt, also doppeltes Level Up. Oh mein Gott, kann man nicht immer rechnen. Bei 8000 EP ist es jetzt etwas schwerer, Doppellevel Up zu kriegen, als wie es vorher bei 2.000 oder 4.000 war. So meine Damen und Herren, ich höre schon eine Menge Jubel! Viel Glück da draußen! Und mal ab hier! Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Okay, angreifen bestellt! Ich hoffe, ich habe mir kleben, als ich den Garmin nicht liefde. Ich höre an, wenn ich sie mit einem kilometern steckt. uuuuuue Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Du bist in Führung. Du bist in Führung. Du bist in Führung. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Du bist in Führung. 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 Noch zwei Runde. Du bist in Führung. Du bist in Führung. Du bist in Führung. Du bist in Führung. 2. Gleich im Führung. Du bist in Führung.